Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein Yoga-Programm, um den ganzen Körper zu aktivieren. Die Yoga-Stunde eignet sich, wenn du dich mal ein bisschen abgeschlagen fühlst, vielleicht auch leicht müde. Dann solltest du mit dem Video üben. Komm bitte zum Anfang deiner Matte zum Stehen. Du bringst die Hände vor deinem Herzen zusammen, schließt für einen Moment die Augen und nimm dich jetzt in dem Moment wahr am Anfang der Yoga-Einheit und erlaube es dir, den ganzen Körper zu aktivieren, die Energie durch den Körper zu schicken. Atme aus, öffne die Augen, schiebe die Arme über vorne nach oben und dann gehst du in die erste Vorbeuge, atme aus. Der Rücken wird lang einatmen, rechts, links, nach hinten in den herabschauenden Hund und hier bleibst du für einen Moment. Du kannst mal die Augen schließen, nimm dich wahr über die Hände, über die Füße und dann beginnst du ganz leicht mal die Beine abwechselnd zu beugen, die Fersen in den Boden zu drücken, den Körper zu aktivieren, jetzt die Beinrückseiten und dann heb mal beide Fersen an, lass beide Fersen wieder sinken, nochmal wiederholen, Fersen anheben, sinken lassen, lass die Fersen sinken und löst mal die Zehen. Probier das mal, spreiz die Zehen, bring deine Aktivität bis in die Zehenspitzen zurück. Super, wieder zurück, einatmen, Liegestütz, ausatmen, schieb dich in den herabschauenden Hund zurück, noch zweimal, langsam nach vorn einatmen, ausatmen, zurück, ist eine schöne Schulterübung jetzt, einatmen, nach vorn, halte das, atme weiter. Also, seht mal den Blick an, die Halswirbelsäule wird länger und du drehst deinen Kopf mal nach rechts, zurück zur Mitte, mal nach links, schön langsam zurück, noch einmal nach rechts, zur Mitte, langsam nach links, zurück, schweb zum Boden, atme aus. Füße nach hinten ausgestreckt, die Stirn ist abgelegt. Genau, die Anja macht es sich leicht, die legt gleich zwei Hände übereinander, das kannst du auch machen. Die Schultern entspannt und jetzt kannst du dir schon über die Atmung die Kraft in den Rücken holen. Und stell dir das vor, wie der Atm den ganzen Rücken ausfüllt. Du bereitest die Kupra vor, bring die Hände zurück unter die Schultern und aus der Kraft des Rückens hebst du einatmen den Oberkörper an. Bleib hier für einen Moment, löse mal die Hände, dreh die Handflächen Richtung Decke, heb die Schultern höher. So, jetzt schau, dass du in deiner Halswirbelsäule lang bleibst, löse mal noch die Knie und die Füße, gönn dir Raum, spreiz die Zehen, du kannst die ganze Körperrückseite aktivieren. Halte das, streck mal die Arme zur Seite. Das ist meine Lieblingsübung, die Daumen drehen Richtung Decke, gebe dem Herzen mehr Raum und jetzt schiebst du die Arme noch mal ganz weit nach vorn, gefühlt über die Ohren, das ist ein bisschen anspruchsvoller jetzt, atme neu ein und dann bring die Hände zurück auf den Boden, setz die Zehen auf, herabschauender Hund. Das hast du ganz schön gemacht, du blickst nach vorn, rechts, links nach vorn, Uttanasana, Vorbeuge, ausatmen und dann kommst du einatmen nach oben, schieb die Arme über vorn, nach oben, Hände zum Herzen. Runde zwei, einatmen, streck die Arme, Vorbeuge, ausatmen. Halbe Vorbeuge ein, links, rechts, nach hinten, ausatmen. Und jetzt legst du mal deinen rechten Spann auf deiner linken Ferse ab, dein Gesäß schiebst du weit nach hinten oben und damit hast du eine schöne Möglichkeit, von den Oberschenkelrückseiten, Muskulatur bis runter Richtung Baden, deine Dehnung entstehen zu lassen, die Körperrückseite zu aktivieren. Und dann wechsel mal. Die Anja ist ziemlich gut gedehnt, fällt ihr das ganz leicht. Und für dich zu Hause kannst du dich mehr und mehr an deine Grenzen bringen. Atme ganz entspannt ein und aus über die Nase. Dann bringst du die Füße ganz normal wieder zurück auf die Matte, einatmen, nochmal Liegestütz, ausatmen, herabschauende Hund. Nochmal langsam nach vorn, Liegestütz, wieder zurück, ausatmen, einatmen, nach vorn, Liegestütz, bleib hier für einen Moment, öffne die Augen. Wenn dir das Neue ist, lass dir Zeit. Bring mehr Gewicht auf die rechte Hand und mit deiner linken Hand gehst du mal an die rechte Schulter. Kurz zurück und dann wechsel. Mach das noch dreimal jede Seite für dich. Falls dir das zu anspruchsvoll ist, einfach die Knie ablegen. Ansonsten eine schöne Kräftigung für deine Schulter und für die Körpermitte auch. Zählst du mit, Anja? Nein, das merke ich. Es sind schon vier Runden. Herabschauender Hund, ausatmen. Ich vergesse auch immer mitzuzählen. Einatmen, Liegestütz, ausatmen, zum Boden schweben. Die Hände machen wieder ein Kissen, der Blick geht zur Seite. Und dann erlaubt dir mal so für einen Moment zu entspannen. Lass auch mal die Fersen zur Seite sinken. Körper aktivieren bedeutet auch, dass du immer mal in die Kraft eintauchst und dir dann wieder Ruhe gönnst. Das Yoga mit uns hier ist kein knallharter Workout, wo du auf allen Vieren dann nach Hause kriegst, sondern das Ziel ist es, in die Energie zu kommen, aber entspannt zu bleiben. Leg die Stirn wieder ab, verschränk nochmal die Finger hinter dem Kopf. Jetzt hebst du die Ellenbogen höher, ziehst die Ellenbogen auseinander und dann heb mal den Oberkörper an. Dann löse noch die Knie, die Füße, kreiere Länge im Rücken und dann streck nochmal die Arme ganz weit nach vorn aus. Zieh die Arme wieder über die Ohren, Hände zurück unter die Schultern, und die Zehen aufsetzen, herabschauender Hund. Dein Blick geht nach vorn, links, rechts nach vorn, heb den Blick an, Vorbeuge ausatmen, schieb die Arme über vorn nach oben, Hände zum Herzen. Die dritte Runde wird ein bisschen anspruchsvoller. Streck die Arme, atme ein, tiefe Vorbeuge, atme aus, halbe Vorbeuge einatmen, rechts, links, nach hinten, herabschauender Hund. Bleib hier für einen Moment, schau nochmal vor zu deinen Händen, mach die Finger groß, große Hände, drück die Handflächen, die Fingerkuppen in den Boden und dann hebst du langsam das rechte Bein an. Du kannst für dich zu Hause schauen, dass das rechte Bein gestreckt ist, die rechte Hüfte weicht nicht aus, die Bauchdecke ist aktiv, halte das, und von hier aus gehst du bitte in den Liegestütz, zieh die Schultern über die Handgelenke, die Arme gestreckt. Anja freut sich schon wieder. Hier haben wir diese Woche live in unserem Yoga-Kurs geübt. Die rechte Hüfte sinkt ein Stückchen parallel zum Boden. Halte das rechte Bein aktiv gestreckt und dann schiebst du das rechte Bein so 10, 20 Zentimeter nach rechts. Genau. Halte das und atme weiter. Freundliches Gesicht. Der Atem darf ein bisschen tiefer, vollständiger werden. Bring das Bein zurück und dann schwebt man langsam zum Boden, beugt die Arme ab, legen, Füße ausstrecken. Die Hände machen jetzt kein Kissen an, ja. Kobra soll eine aktivierende Sequenz werden, herabschauender Hund. Und dann heben wir das linke Bein langsam an. Du atmest dir das höher, drehst den linken Oberschenkel leicht nach innen, damit sinkt die Hüfte so in deine Stückchen. Ist gut ausgerichtet. Und dann schieb mal die Ballen und die Fersen weit nach hinten. Hol dir die Kraft. Genau. Weiter atmen. Liegestütz. Schordern über die Handgelenke. Die Arme gestreckt, dein Rücken ist voll, dein Bauch ist ganz aktiv. Und von hier aus schiebst du das linke Bein so ein Stückchen, so 10, 20 Zentimeter nach außen. Weiter atmen. Körpermitte, die darf arbeiten jetzt. Vielleicht arbeitet auch dein Kopf. Bring die Aufmerksamkeit zum Körper. Langsam zurück, das linke Bein. Ablegen, zum Boden schweben. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Links, rechts, nach vorn. Hebe den Kopf an. Also einen großen Schritt. Vorbeuge ausatmen. Und von hier aus gehen wir zusammen in den Stuhl. Utkatasana. Beug die Beine. Streck die Arme hoch zur Decke. Hände zum Herzen. Jetzt gehen wir zusammen in den Stuhl. Einatmen, streck die Arme hoch zur Decke. Beug die Beine. Und da bleiben wir. Wird alles nachgeholt. Gib so diese schönen Sprüche im Yoga. Das ist kein Barhocker. Das ist ein Stuhl. Setz dich tiefer. Dann beugst du mal die Arme. Zieh die Schultern weiter auseinander. Heb dein Herz an. Streck nochmal die Arme. Das ist die letzte Runde. Streck die Arme hoch zur Decke. Ausatmen, Vorbeuge. Jetzt machst du einen großen Schritt nach hinten. Linken, rechten Fuß. Herabschauender Hund. Die Hände gut geerdet. Zieh nochmal die Fersen abwechselnd Richtung Boden. Bring den ganzen Körper in so eine angenehme Bewegung. Und dann hebst du nochmal beide Fersen an. Lass beide Fersen sinken. Die Beine sind mikrogebeugt. Rücken lang. Jetzt wird es spannend. Du hebst das rechte Bein an. Hoch zur Decke. Du beugst das rechte Bein. Ziehst die Ferse nahe zum Gesäß. Und hebst nicht das Knie höher. Heb das Knie so hoch du kannst, dass die Dehnung im vorderen Oberschenkel ankommt. Dein Blick geht nach vorn zwischen die Hände. Und dann machst du einen großen Schritt mit dem rechten Fuß vor zwischen die Hände. Schau, dass die Füße hüftgelenksbreit sind. Du kannst den rechten Fuß ein Stückchen nach rechts schieben. Bleibe auf deinem Fingerkuppen jetzt bitte. Atme neu ein. Und dann langsam streckst du das rechte Bein. Atme aus. Und tauch ein in die Vorbeuge. Du kannst gerne mal die Augen schließen. Und wir lassen diese Übung ein bisschen intensiver werden, indem du nochmal den Oberkörper anhebst. Und dann läufst du mit deinen Händen, mit deinem Oberkörper so ein Stückchen nach rechts. Genau. Vielleicht kommen die Hände außerhalb deiner Matte. Streck nochmal die Beine. Atme ein. Und mit einer Ausatmung verbeug dich über das vordere gestreckte Bein. Schließ die Augen. Und jetzt kannst du die Füße, die Schienbeine zueinander ziehen. Hole die Kraft hoch ins Becken. Hebe das Becken ein paar Millimeter höher. Schöne Aktivität jetzt in den Beinen. Dein Atem wird ruhiger. Dann kommst du langsam zurück mit deinen Händen. Beug das rechte Bein. Zieh die rechte Ferse und rechtes Knie genau in Linie. Und jetzt wanderst du mit deinen Händen nochmal großzügig nach vorn. Bleib auf deinen Fingerkuppen. Drück deinen rechten Fuß kraftvoll in den Bodenatme ein. Und mit einer Ausatmung heb das linke Bein hoch zur Decke. Die Ellenbogen ziehen ganz leicht auseinander und mit einer Art von Leichtigkeit geht das linke Bein höher. Wenn du für dich noch mehr Anspruch brauchst, kannst du mal die rechte Hand an den Knöchel bringen. Ich überlasse das dir an, ja. Und wenn du merkst, das geht leicht für dich, kannst du die linke Hand dazu bringen. Das ist meistens der Spaß vorbei. Ja. Hände wieder zurück. Super. Linker Fuß neben den rechten Fuß. Achtung. Stuhl. Gesäß geht tief. Vorbeuge ausatmen. Jetzt wird es warm. Einatmen. Rücken lang. Ausatmen. Rechts, links, nach hinten in den herabschauenden Hund zurück. Zieh langsam das linke Bein Richtung Decke. Ja. Beuge es. Dein Herz darf ein bisschen wilder schlagen. Dein Atem wird ruhig und gleichmäßig. Ich spüre die Hitze, die Wärme in dir, die Aktivität. Und heb das linke Knie höher. Heb auch die Schultern mehr an. Schau nach vorn. Und mit der nächsten Einatmung ziehst du aktiv den linken Fuß vor zwischen die Hände. Großer Schritt. Und mit der nächsten Ausatmung streck das linke Bein und tauch ein in die Vorbeuge. Paschputhanasana. Finde die Ruhe in der Aktivität. Die Ruhe im Atem. Und dann lass auch all die unnötigen Bewegungen los. Du kannst jetzt mit deinen Händen ein Stückchen weiter nach links laufen, sodass du in der Vorbeuge auch eine zusätzliche Seitbeuge integrierst. Nimm den Unterschied wahr. Finde die Stabilität im Becken in deiner Mitte. Und von dort aus lass die Dehnung geschehen. Ganz schön. Komm wieder zurück. Beug dein linkes Bein. Wandere mit deinen Händen nochmal so ein Stückchen nach vorn. Erde den linken Fuß. Und dann heb nochmal das rechte Bein an. Sehr gut. Überwinde die Schwerkraft. Lass dich nach vorn sinken. Du kannst die Arme leicht beugen. Der ganze Schulterbereich bekommt Platz. Und wenn du für dich die Herausforderung brauchst, bring die Hände an den linken Knöchel. Oder nur eine Hand. Probier dich aus. Spür dich. Achtung. Löse wieder die Hände. Rechter Fuß neben den linken Fuß. Beug die Beine. Und dann komm über den Stuhl nach oben. Ausatmen. Löse die Hände. Und setz dich ganz bequem wieder hin. Lass dir nochmal die Zeit. Schließ die Augen und leg die linke Hand auf dein Herz. Die rechte Hand auf die linke Hand. Und gönn dir so einen Moment nachzuspüren, den Herzschlag wahrzunehmen. Das Poesieren, deinen Atem. Wie fühlt sich der Moment jetzt für dich an? Die Müdigkeit ist hoffentlich verschwunden. Du bist voller Energie. Atme aus. Öffne die Augen. Löse die Hände. Ja, es war ein kleines dynamisches Programm. Heute bist du schön warm geworden. Ja, sehr gut. Danke, dass du mit uns geübt hast. Falls noch nicht getan, abonniere den Kanal. Hier gibt es ein weiteres Video. Und wir sehen uns wieder auf der Mathe. Willi.